Herzlich willkommen zu meiner elften Folge Sonntags OS und wenn man die Nummer 11 hört, was fällt einem da als Betriebssystem als erstes ein? Natürlich Windows 11. Ja, ich weiß, es ist kein Linux-Betriebssystem, welches wir heute installieren, aber das ist ja auch nicht immer zwingend erforderlich bei mir bei Sonntags OS. Heute möchte ich mich mal Windows 11 widmen. Und zwar möchte ich Windows 11 ganz normal in einer virtuellen Maschine installieren und mit allen Hürden, die eben auch dazugehören. Denn das ist gar nicht mal so einfach. Deswegen wird sich das heutige Sonntags OS wirklich der Installation und Einrichtung von Windows 11 auf Wirt Manager beziehen. Ja, ich habe hier den Virtual Manager mit QMU-KVM. Es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, das auch zum Beispiel auf VirtualBox zu installieren. VirtualBox nütze ich nicht, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Es gibt aber bei der Installation von Windows 11 durchaus etliches zu beachten, wenn man es als virtuelle Maschine installieren möchte. Besonders bezüglich der TPM-Prüfung und auch der Secure-Boot-Prüfung, die ja eine virtuelle Maschine in der Regel nicht hat. Also, lehn dich zurück, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags OS und heute widmen wir uns voll und ganz mal Windows 11 zur 11. Folge von Sonntags OS. Und wir fangen auch direkt an. Es gibt schon diverse Anleitungen im Internet, wie man die ISO-Datei von Windows 11 so bearbeiten kann, dass eben die TPM-Prüfung und die Secure-Boot-Prüfung nachher bei der Installation nicht stattfindet. Das brauchen wir aber alles nicht. Wir werden die TPM- und Secure-Boot-Prüfung einfach während der Installation abschalten. Deswegen einfach auf die Microsoft-Seite gehen zum Herunterladen. Das ist nämlich das Schöne. Bei Windows 11 ist das jetzt ein bisschen einfacher als in der Vergangenheit bei Windows, denn hier gibt es direkt die Möglichkeit eines ISO-Datenträgers herunterzuladen. Einfach Windows 11 auswählen, einmal auf Herunterladen, die Sprache und dann Bestätigen. Und dann wird auch schon heruntergeladen, beziehungsweise es wird jetzt hier erstmal angeboten, noch die 64-Bit-Version. Und dann einfach abspeichern. 5 GB groß ist die ISO-Datei. Das kann also je nach Internetgeschwindigkeit alles ein bisschen dauern. Ich habe es bereits schon runtergeladen. Und wenn das soweit heruntergeladen ist oder während es herunterlädt, brauchen wir noch eine andere Kleinigkeit, nämlich wir brauchen noch den Word.io Treiber quasi. Und deswegen hier einfach die Latest Word.io Win ISO herunterladen. Das wird dann von der Fedora-Seite, hier steht fedora-people.org. Das ist ein ISO, das ist von dem Fedora-Team entsprechend zusammengetragen worden. Und genau, diese dann einfach herunterladen. Die müssen wir dann direkt bei der Installation mit einhängen. So, wir kreieren eine neue virtuelle Maschine. Einmal weiter. Und ich wähle auch schon das richtige Download-Verzeichnis aus. Einmal hier. Typ Downloads. So, einmal auswählen. So, hier hat er Windows 10 auch schon erkannt. Einmal weiter. So, ich sage, ich möchte 8 GB Speicher haben. Das sind 8100 irgendwas. Ich nehme jetzt 8200. Ich vergebe 6 meiner 12 Threads in der CPU, damit das nachher alles auch ein bisschen schneller geht. Als Voraussetzung für die Installation von Windows 11 sagt Microsoft selber, sind mindestens 52 GB Festplattenspeicher notwendig. Ich habe tatsächlich Windows 11 auf 40 GB installiert. Das war ohne Probleme möglich. Wir können das Ganze aber trotzdem entsprechend mehr machen. Ich nehme jetzt einfach mal 100 GB und dann kann da auch nichts passieren. Den Platz habe ich auf jeden Fall. So, hier nehmen wir dann Windows 11 Nummer 2. Das ist dann das, was wir nehmen. Die Konfiguration möchten wir gleich noch ein bisschen bearbeiten. Und ich habe eine Netzwerkbrücke selber erstellt, die auch läuft. Die mit dem Namen Bridge 10. Hier musst du schauen, welche Netzwerkbrücke du bei deinem Word Manager entsprechend eingestellt hast. So, dann sage ich jetzt einmal Fertig und werde jetzt hier dieses Fenster einfach mal schließen. So, dann sind wir hier auf der Übersichtseite. Hier steht Firmware BIOS. Wir müssen hier auf jeden Fall UEFI aktivieren, weil sonst funktioniert das nachher nicht. Sonst verweigert Windows die Installation. Hier kann man tatsächlich bei KVM Secure Boot mit aktivieren als UEFI-Schnittstelle. Das hat bei mir bei der Testinstallation keinen Unterschied gemacht. Deswegen nehme ich jetzt einfach das Normale, weil ich weiß, dass es ganz ordentlich funktioniert. So, bei Bootoptionen mache ich die CD-ROM auf jeden Fall an, weil er soll da auch mit booten. Und hier ist das, was ich sagte. Anstatt SATA müssen wir hier Word.io auswählen, weil SATA und SCSI oder SCSI, das wird nachher bei der Installation einfach nicht funktionieren. Und dann bei erweiterte Optionen beim Puffer-Modus auf jeden Fall den Writeback mit aktivieren. So, dann haben wir hier die CD mit der ISO drin. Hier kann das alles so bleiben. Ich werde jetzt noch ein Gerät hinzufügen, ebenfalls ein Speichergerät und zwar CD-ROM. Und das kann SATA bleiben. Gehen wir auf Verwalten, Downloads und dann haben wir hier die Word.io Win. Das ist quasi die Treiber-CD. Die richten wir mit ein und dann haben wir zwei CD-Laufwerke. So, und als nächstes noch die Netzwerkkarte und diese ebenfalls auf Word.io einstellen. Und dann ist es fertig und dann können wir quasi die Installation beginnen. So, einmal auf Vollbild. Boot vom CD. Irgendeine Taste drücken. So, jetzt sind wir hier auf dem Windows Setup-Bildschirm. Der, ja, dieser Installationsassistent, der hat sich quasi seit Windows 7 oder sogar Windows Vista eigentlich gar nicht mehr geändert. Ich glaube, ab Windows 7 sah der dann so aus. Eigentlich ein bisschen schade. Aber er wird sich optisch auf jeden Fall noch ändern. So, jetzt könnte ich auf Installieren drücken und das mache ich einfach mal. Und dann wird gleich auffallen, dass jetzt gleich die TPM-Prüfung kommt, beziehungsweise die Secure Boot-Prüfung. So, ich habe keinen Produkt-Key. Klicke ich einfach mal hier drauf und jetzt sagt er mir gleich, nee, ist nicht. Dein Computer, Windows Pro. So, hier haben wir es, ne? Hier ist dieses Fenster. Windows 11 kann auf diesem PC nicht ausgeführt werden. Dieser erfüllt nicht die Mindestanforderungen zum Installieren dieser Windows-Version. So, ist aber nicht so schlimm, das alles hier. Wir gehen wieder zurück. Mit dem Pfeil hier oben einfach mal zurück. Und dann brechen wir ab und sind dann wieder hier. Bei jetzt installieren. Und jetzt drücke ich einfach die Shift, also die Umschalt- und dann F10-Taste. Und dann kommen wir hier in so eine Konsole rein. Und geben wir ein Rack-Edit. Und gehen auf H-Key, Local Machine, System und Setup. So, einfach nur Setup. Das brauchen wir nicht öffnen. Das, was da drin ist, ist erstmal egal. Dann bei Setup mit Rechtsklick, Neu, Schlüssel. Und diesen Schlüssel nennen wir LabConfig. Also wie Laborumgebung, ne? LabConfig. Einmal Enter und dann markieren. Da sind wir drin. Und hier werden wir jetzt noch zwei Schlüssel eintragen oder zwei Werte eintragen. Und zwar mit Rechtsklick, Neu. D wird 32. Und diesen nennen wir Bypass TPM Check. Und zwar genau so, wie ich es jetzt hier geschrieben habe. Bypass TPM Check. Die, ähm, diese Befehle wirst du einfach unten in der Videobeschreibung nochmal sehen. Einfach mal hinstellen. Ich habe es dir alles in die Videobeschreibung mal gepackt. Dann kannst du es quasi einfach Copy-Pasten, ja? So, einmal Enter. Dann öffnen und den Wert auf 1 setzen. Ne? 1. So. Ja. Das ist wichtig. So geht der, wird der TPM Check einfach umgangen. Also er wird, ja, das, was anderes heißt ja Bypass nicht, ne? So, und das Gleiche machen wir jetzt nochmal mit Neu-Schlüssel. Nein, das war falsch. Keinen neuen Schlüssel. So, löschen wir nochmal. Ja. So, also Neu-D-Wortwert. Und diesen nennen wir Bypass Secure Boot Check. Jawohl. Auch hier auf 1 setzen. Fertig. Und das war's. Mehr brauchen wir. Nur diese zwei Sachen. Ja, einfach schließen. Hier gehe ich, können wir sauber auf Exit. Und dann können wir das Ganze nochmal probieren. Setup starten. Nein, ich habe keinen Produkt-Key. Ich möchte die 11 Pro Version. Und jetzt komme ich schon zu den Lizenzbedingungen. Ja, also diese, diese Checks wurden jetzt quasi umgangen. Die Installation funktioniert jetzt einfach. So, Benutzer definiert. Nur Windows installieren. So, hier wird jetzt keine Festplatte angezeigt. Denn Windows kann diese, ähm, dieses Laufwerk nicht finden. Er kann mit dem Wirt.io Laufwerk nichts anfangen. Also er sieht das einfach nicht. Und das heißt, wir müssen einen Treiber laden. Und dazu gehen wir auf Durchsuchen. Also ich gehe nochmal zurück. Ja, also da war ja Treiber laden. So, dann Durchsuchen. Dann auf das Laufwerk mit dem Wirt.io Win Treiber, was wir da schon eingelegt haben in dem zweiten Laufwerk. Da auf jeden Fall rein. Dann auf AMD 64, Windows 10, OK. Und hier hat er den Wirt.io SCSI Treiber Controller gefunden. Ja, deswegen hier das Häkchen ruhig drin lassen, sonst zeigt er viel zu viel an, was er nicht braucht. Wirklich den Treiber, alle Treiber ausblenden, die nicht mit der Hardware dieses Computers kompatibel sind. Dann wird wirklich nur einer angezeigt. Dann hier auf Weiter. Der wird jetzt installiert, der Treiber. Ja. Und fertig. Hier wird jetzt die Festplatte quasi angezeigt. Und wir brauchen das nicht manuell partitionieren, sondern einfach auf Weiter. Und dann macht Windows quasi alles von selber. Und ja, jetzt heißt es kurz nochmal den D-Beutel nochmal in den T-Titschen und abwarten, bis Windows fertig installiert ist. Hier wird jetzt die Erstinstallationsroutine durchlaufen und das Ganze in einer ziemlich schlechten Auflösung natürlich hier in der virtuellen Maschine. Dieser Umstand wird uns aber gleich noch zum Verhängnis. Das werdet ihr gleich sehen. So, wir sind in Deutschland. Die Tastatur ist deutsch. Wir wollen auch kein weiteres Layout hinzufügen. Ich habe nämlich nur die eine Tastatur. Und jetzt kommen wir zum Netzwerk. Wie bereits zu Beginn schon gesehen, haben wir ja auch ein Word.io Netzwerk und auch dafür sind die Treiber noch nicht installiert. Deswegen sind wir hier aktuell nicht mit dem Internet verbunden. Was ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde. Ganz im Gegenteil. Es ist sehr zu empfehlen, Windows 10 erstmal ohne Internet zu installieren. Denn so wird man nicht genötigt, die ganzen Online-Dienste wie zum Beispiel Cortana und so weiter zu aktivieren. So, also ich habe kein Internet. So machen wir auch weiter und sagen, jawohl, ich möchte mit eingeschränkter Einrichtung fortfahren. So, hier können wir jetzt den Namen eingeben, um wen es sich hier handelt. Hier sind dann noch ein paar Informationen, falls ich ein Kind oder Teenager bin. So, hier dann das Passwort und dieses nochmal wiederholen. Und jetzt muss ich drei Sicherheitsfragen beantworten. Dazu, ja, das kann ich auch nicht umgehen. Machen wir mal Sicherheitsfrage Nummer 1. Wie heißt hier erstes Haustier? Ich nehme jetzt ganz einfach irgendwas weiter. Weiter, Frage 2. Das brauchen wir eh nicht. Das ist nachher wichtig, wenn du dein Passwort vergessen hast und du das zurücksetzen möchtest, kannst du das über diese drei Fragen einfach wieder zurücksetzen. Ja, so und hier ist jetzt das, was ich meine. Hier steht Microsoft Apps, den Standort verwenden lassen. Und normalerweise sind jetzt hier unten die Optionen, die ich auswählen kann. Deswegen ist das Annehmen erstmal auch ausgegraut. Ich möchte natürlich eigentlich nicht den Standort verwenden lassen und habe jetzt hier irgendwie auch keine Möglichkeit zu scrollen. Also es gibt kein Scrollrad an der Seite. Ich kann auch meinen Scrollrad mit der Maus nicht verwenden. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen mit einem Trick behelfen. Und zwar mit... Erleichtert die Bedienung des ComputeCover Rest. So. Die Sprachausgabe Dialogfeld. Okay. Schalt Microsoft-Konto-Fenster Windows Setup. Sprachausgabe. So. Genau. Ich habe jetzt die Sprachausgabe aktiviert, denn der Vorteil dieser Sprachausgabe für Sehbehinderte ist, dass ich ebenfalls noch zu der Sprache, die jetzt wirklich ein bisschen nervig töten zwar ist, aber zusätzlich noch optischen Feedback kriege zu dem, was ich auswähle. So. Microsoft und Apps den Standort verwenden lassen. Ja, nutzen Sie positionsbasiert weitere Inflau, Microsoft und Apps den Standort. Nein, Sie können keine positionsbasierten Features wie Wegbeschreibungen und den Wetterbericht oder andere Dienste nutzen, die Ihre Position benötigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. So. Zwei von zwei. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt einfach die Tab-Taste gedrückt und dann hat er quasi die erste Auswähl mit dem blauen Rahmen ausgewählt. Und dann bin ich einfach mit der Pfeil-nach-unten-Taste nochmal eins nach unten gegangen und dann hat er jetzt den zweiten Kasten quasi ausgewählt, wo der Computer jetzt hier vorgelesen hat, nein, dann können Sie die Apps wie Wetter und sowas nicht richtig verwenden, weil er ja den Standort nicht kennt. Und genau das möchte ich auch. Ich drücke jetzt einfach Enter. Nein, Sie können keine positionsbasierten Features annehmen. Ja, aktivieren Sie die Option Mein Gerät suchen und verwenden Sie die Standortdaten Ihres Geräts, um das Gerät zu orten, wenn Sie es verlieren. Sie müssen sich mit Ihrem Microsoft-Konto bei Windows anmelden, um diese Funktion verwenden zu können. Eins von zwei. So, da müssen wir jetzt quasi durch. Hier ist nämlich jetzt analog dasselbe. Der hat jetzt schon automatisch das Ja bei Mein Gerät suchen ausgewählt. Ich werde jetzt das Gleiche machen, Pfeil nach unten drücken. Dann wähle ich ja quasi automatisch Nein aus und dann auf Annehmen. Also nicht wundern, wenn das jetzt hier gleich so ein Durcheinander geprabbel wird. So, hier genau dasselbe. Jetzt habe ich ihn quasi Gott sei Dank schon abbrechen können. Also anstatt die vollen Diagnosedaten gebe ich ihm nur die erforderlichen und sage annehmen. Ja, senden Sie optionale Diagnosedaten für. Nein, verwenden Sie meine Diagnosedaten nicht. Weitere Barriere, Lautstärke, Freihand und Eingabe verbessern. Nein, verwenden Sie meine Diagnosedaten nicht. Annehmen, ja, erlauben Sie Microsoft. Ihr weitere Barriere, Windows, mit Hilfe. Nein, die angezeigten Tipps. Anzeigen. So, hier genau dasselbe. Diagnosedaten. Ich bin wieder nach unten auf Nein gegangen. Nein, die angezeigten. Habe Enter gedrückt. Nein, die angezeigten An-Ja-Apps können Werbe-IDs verwenden. Nein, die Anzahl der Anzeigen. Nein, An-Windows-Set. So. Der PC wird vorbereitet. Dies kann ein paar Minuten dauern. Schalten Sie den PC nicht aus. So, ja, puh, jetzt, ja, jetzt richtet er das alles ein. Ich habe jetzt alles auf Nein geschalten. Die Barriere-Einstellungen sind immer noch eingeschalten. Das heißt, die werde ich gleich bei der... Ihr PC wird vorbereitet. Bei der ersten Anmeldung werde ich diese dann entsprechend deaktivieren müssen noch. Ja, damit das... Aber das ist, wie gesagt, wenn man Windows 11 auf einem richtigen Computer halt installiert, also auf richtiger Hardware, dann wird die Display-Auflösung vernünftig erkannt und dann wird auch alles ordentlich angezeigt, gerade so ab Full-HD und aufwärts. Das ist jetzt hier in der virtuellen Maschine ist alles auf, ich glaube, 800x600 Pixel herunterskaliert und ja, dafür ist halt die Installationsroutine auch gar nicht vorgesehen für diese geringe Auflösung. Und deswegen muss man sich hier bitte mit diesem kleinen Trick behelfen, auch wenn es ein bisschen nervtötend ist, aber es geht schon. So, dann warten wir jetzt einfach mal ab, bis der PC fertig eingerichtet ist. Starten Fenster, Suche, Feld suchen, bearbeiten, Suchbegriff hier eingeben. So, und da sind wir auch schon drin in unserer Windows 11 Oberfläche und stellen als erstes mal die Sprachausgabe wieder ab. Sprachausgabe wird beendet. Sehr gut. So, ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir sind schon drin, erst mal ganz schön. Als allererstes müssen wir uns um die Auflösung kümmern. Allerdings werden wir jetzt hier feststellen, dass die Bildschirmauflösung oder die Einstellung der Bildschirmauflösung ausgegraut ist. Das liegt daran, dass wir noch einige Treiber installieren müssen. Des Weiteren, wie man hier unten sieht, habe ich auch keinen Internetzugriff. Ja, wenn ich hier mit der Maus drüber, kein Internetzugriff, keine Verbindung verfügbar. Das liegt daran, dass ich sogar gar kein Internet, kein Ethernet-Adapter hier quasi drin habe. Das heißt, er erkennt wirklich, also Microsoft Windows erkennt hier gar nichts. Keinen Ethernet-Adapter. Und auf dem Windows-Logo mache ich einfach Rechtsklick und gehe in den Geräte-Manager. Dann öffnet sich nämlich hier der klassische Geräte-Manager. Und hier sehe ich auch, ist der Ethernet-Controller. Treiber aktualisieren. Auf meinem Computer nach Treibern suchen. Dann gehe ich auf Suchen, hier auf das Laufwerk. Einfach nur auf das Laufwerk klicken. Einmal auf OK, Unterordner mit einbeziehen und auf Weiter. Dann werden die Treiber gesucht, installiert. Hier hat er auch den Ethernet-Adapter gefunden. Schließen. Und schon bin ich mit dem Internet verbunden. Wenn ich jetzt nochmal Rechtsklick und Internet-Einstellungen gehe, sehe ich, ist er mit dem Ethernet-Instanz 1. Internet ist verbunden. So. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir brauchen ja auch noch unsere Display-Auflösung. Also gehen wir hier auch noch auf Treiber suchen. Weiter. Balloon-Treiber ist gefunden worden. Und hier oben haben wir noch den Kommunikations-Auflösung. Controller. Und da haben wir jetzt auch den Serial-Adapter. Das ist nämlich der für das Display. Und wenn ich jetzt schließe, Rechtsklick Anzeige-Einstellungen, sollte, ich glaube dann eher nach einem Neustart. Ich glaube, wir müssen einmal neu starten. Und dann wird das auch dann angezeigt. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir starten mal neu. Gucken wir mal, ob das jetzt geklappt hat. Anzeige-Einstellungen. Nein, das hat immer noch nicht geklappt. Und dann wird das auch noch nicht geklappt. sehr gut also ich habe den qxl controller der musste auch noch aktualisiert werden das heißt ich habe die grafikkarte habe ich den qxl controller auch noch aktualisiert so gucken wir mal ob es jetzt funktioniert ja und jetzt habe ich hier meine einstellungen jetzt kann ich hier nämlich die auflösung auch hochsetzen so fertig ja ist alles ein bisschen umständlich so zu beginnen aber wenn das erstmal alles eingestellt ist dann ist das auch alles funktionsfähig so in der regel wird man begrüßt mit dem erste schritte und da möchte ich jetzt auch erst mal ein bisschen ja mal durchgehen was man dann hier alles mit windows 11 mit dem neuen windows 11 so alles machen kann und vor allem für wem das geeignet ist und ich gehe erst mal die ersten schritte durch was haben wir hier man kann sich mit einem microsoft konto anmelden das will ich aber nicht was haben wir noch der datei explorer wird jetzt hier begrüßt mit neuen symbolen finde ich sehr schön den können wir ja mal öffnen nein one drive möchte ich nicht das ist ziemlich clever anstatt datei explorer möchte der dass ich mich mit one drive ja sehr sehr perfide aber okay nein machen wir natürlich nicht so im microsoft store gibt es auch diverse apps zum herunterladen wie zum beispiel die netflix app man kann auch whatsapp desktop und noch diverse andere herunterladen das ist hier nur eine jahr editors best auswahl wenn man es denn möchte so was haben wir hier ein ort zum starten hier wird das neue startmenü erklärt das gucken wir uns gleich noch mal an sehr interessant und einstellung für den benachrichtigungs assistenten da habe ich schon was von gehört dass dieser wirklich ja windows 10 also anstelle von windows dem von windows 10 deutlich verbessert wurde können wir uns auch gleich noch anschauen und ja microsoft edge ist der standard browser das ist ja wohl ganz klar und mit windows taste und dem w kann ich so eine art widget board mehr anzeigen lassen wo ich dann ja meines wetter und fotos und so weiter kalender und und auch nachrichten mir anzeigen lassen kann ich dachte bei windows 10 ist das mit dem letzten großen update hier unten in der taskleiste auch schon so ähnlich wo dann immer die temperatur angezeigt wird wenn man da drauf klickt öffnet sich ebenfalls so eine art ja news widget quasi und das ganze ist jetzt separiert worden wenn ich allerdings jetzt die windows und w taste drücke dann öffnet sich hier nur die möglichkeit dass ich mich bitte ich kann ja mal kurz beiseite schieben und noch mal ja hier melden sie sich mit ihrem windows konto an das heißt das widget menü kann ich nur verwenden wenn ich ja mich mit einem microsoft live account angemeldet habe und das möchte ich jetzt nicht dann gibt es noch ihr telefon das ist glaube ich auch schon seit windows seit windows 10 seit beginn dabei also nichts neues hier kann ich das android handy verbinden und darüber kann ich dann auch sms schreiben apps auf apps mit apps interagieren oder sogar anrufe annehmen das funktioniert nur mit android wer ein iphone hat da funktioniert das nicht so und dann gibt es eine neue funktion die nennt sich microsoft chat ich glaube das ist das ding hier genau machen wir das noch mal runter hier in der mitte das ist an teams auch so ein bisschen angebunden und da kann ich dann auch die die handys mit verbinden und kann dann quasi ja übergreifend geräte übergreifend halten mit meinen kontakten kommunizieren dann gibt es eine familien safety anwendung familienoption heißt das hier da kann ich dann familienmitglieder erstellen also in meinem gesamten heimnetzwerk kann ich dann zum beispiel den computer meiner kinder oder auch die konsolen und so weiter kann ich alles hier zentral dann steuern ja das sehe ich persönlich sehr dem sehe ich sehr kritisch gegenüber muss ich sagen ja also das ist glaube ich eine debatte da gibt es niemand also das ist eine debatte die könnt ihr gerne mal in den kommentaren führen ich bin absolut gegen so ein kontroll wahn das tut nicht gut das tut niemandem gut nicht denjenigen der kontrolliert und nicht die die kontrolliert werden so ihr pc eignet sich hervorragend für gaming dazu gibt es die xbox app es gibt ich habe hier einen artikel gefunden es gibt wohl eine große kritik auch an was die ryzen prozessoren betrifft das heißt die performance der ryzen cpu auf windows 11 war ziemlich schlecht und dann hat windows 11 erstes patch herausgebracht und es ist wohl noch schlechter geworden das heißt hier steht kurz in diesem zweizeiler unter windows 11 lahmt der level 3 cache von amd's ryzen prozessoren jetzt noch stärker als zum start das wirkt sich insbesondere auf 3d spiele negativ aus das halt jetzt die frage a woran liegt das und b wer ist da nun genau dran schuld ist das jetzt microsoft schuld oder ist das auch amd's mit schuld weiß ich nicht wenn die prozessortreiber oder firmware treiber mit liefern könnten aber es ist halt so auch eine riesengroße frage wer kontrolliert hier eigentlich wen wer möchte hier macht es ist alles eine frage von macht bei microsoft hier geht es gar nicht um den nutzer microsoft ist meines erachtens dem nutzer nicht so wichtig es ist nur macht einfluss marktbeherrschung es geht nur ums geld geld ist wichtig und windows 11 ist nur der anfang es ist nur so ein zwischending es soll ja das ganze microsoft betriebssystem soll ja dann irgendwann in eine art cloud ausgelagert werden so dass es nachher egal ist mit welchen pc du dich verbindest du bist dann irgendwie auf so einen cloud verbindung halt angewiesen ja bei der internet struktur hier in deutschland bin ich da mal echt gespannt werden diese cloud nutzen soll wenn halt das internet permanent ausfällt so machen wir mal weiter und sie haben es geschafft tipps jetzt öffnen die werde ich jetzt auch mal öffnen weil da finde ich ist gar nicht mal so schlecht für anfänger die sich mit windows kennenlernen möchten und ich finde sehr interessant die tastatur kurz befehle ich bin ja ein großer fan von tastatur befehlen und wenn ich jetzt hier windows und es eingeben wird sofort das suchfenster geöffnet ich glaube das war bei windows 10 auch so mit windows w hatten wir schon wird die widget leiste geöffnet finde ich sehr gut so was haben wir noch windows umschalt und es ist das screenshot also dieses snipping tool genau so kann man dann jetzt hier ein screenshot erstellen sehr schön das hat er dann auch gleich zwischen gespeichert und das kann ich jetzt hier auch bearbeiten okay und dann kann ich das abspeichern oder ich lasse es einfach sein so nicht schlecht zugriff auf die zwischenablage das war ja auch so ein ding was microsoft irgendwie nie implementiert hatte nämlich eine art zwischenlagen zwischenablage editor oder so ein clipboard das hatte glaube ich kde plasma schon ziemlich frühzeitig implementiert oder kde schon damals glaube ab version 3 sogar schon war also eine art clipboard editor schon mit drin und heute ist das in fast allen linux-distributionen ja standard das wird jetzt hier als komplette neuerung verkauft bei microsoft ich kann jetzt mal windows und v drücken und dann kann ich hier die zwischenablage aktivieren und kann dann hier auch auf emojis und so weiter zugreifen nettes kleines tool finde ich auch endlich sehr wichtig und nützlich ich habe hier auch zugriffe dann auf sämtliche symbole die man immer mal so gebrauchen könnte muss ich ehrlich sagen endlich ist es mal dabei ja leider irgendwie viel zu spät ich weiß auch nicht aber wann ist schon zu spät und wann ist schon zu früh mit windows und h kann ich ähnlich wie bei den smartphones wie bei siri oder hello google kann ich meinen text diktieren wenn ich denn ein mikrofon angeschlossen habe ich habe jetzt genau hier habe ich die sprachdienste das wird dann aktiviert dann öffnet sich so ein kleines fenster und dann kann ich hier drauf drücken beziehungsweise ich habe ja schon windows und h gedrückt allerdings hat er jetzt keine kein mikrofon erkannt und sprachdienste habe ich ebenfalls nicht aktiviert deswegen würde das jetzt hier nicht funktionieren aber irgendwie schon nice dass das dass es das gibt dann weiß man dann auch in welche richtung es gehen soll bei microsoft so emojis auch das gibt es bei windows 10 glaube ich ist das auch schon vereinzelt möglich habe das bei windows 10 allerdings nie aktiviert bekommen also zumindest bei meinem arbeitsrechner nicht ja ich bin ja ganz normal gehe ich erarbeiten für einen arbeitgeber daher seine technik für mich zum arbeiten zur verfügung stellt und da bin ich natürlich gezwungen windows 10 zu nutzen bleibt mir halt nichts anderes übrigens auch völlig in ordnung und da funktioniert funktioniert das nicht mit der windows und punkt aber windows und punkt taste das sollte es besonders wohl schon bei windows 10 funktionieren so hier über windows punkt habe ich dann trotzdem auch schon zugriff auf meine zwischenablage das ist nämlich wie so ein kleines modul so ein wo ich auf alles mögliche zugriff habe das ist ich könnte auch wenn ich jetzt hier bin windows und v drücken dann habe ich auch zugriff auf meine emojis muss bloß einmal hin und her klicken so machen wir mal weiter so windows und d zum minimieren das ist ganz klar das gab es schon seit windows xp glaube ich ja die windows d taste zum wo dann alle offenen fenster die ich so habe kann jetzt hier einfach mal ein paar öffnen browser öffnet sich der windows store öffnet sich mal kurz warten bis der edge browser fertig geladen ist einrichtung abschließen ja kann man so lassen und ohne anmeldung gut so dann habe ich jetzt hier haufenweise fenster offen und mit windows d werden einfach alle in die leiste unten verschoben hier in die tasse sind noch offen die werden einfach nur da wird einfach nur der desktop freigeräumt sozusagen so dann bildschirmsperren ist ganz klar das ist mit windows und l auch das war schon ich glaube sogar seit windows nt also seitdem windows auch ein als workstation version auf markt gekommen sind also seit anfang der 2000er seitdem gibt es die funktion windows l zum sperren des rechners so feststellt hast es aktiviert vielen dank fürs mitteilen so dann weiter was haben wir noch die windows tab taste auch hier gibt es die schon seit windows 10 und ich glaube sogar schon bei windows 7 gab es auch die windows tab taste schon wo da gab es dann diese dieser 3d effekt wo dann diese fenster so hintereinander wie so ein buch auf gewisse buchseiten hintereinander so auf ihr tätig waren und dann konnte man so zwischen diesen seiten hin und her blättern hier ist es jetzt so dass man ähnlich wie bei gnome dann im prinzip so eine schöne übersicht hat welche apps jetzt auf diesem desktop 1 in dem falle jetzt offen sind und ich kann dann zum beispiel einen neuen desktop einfach aufmachen und hier ist dann auch alles geschlossen und hier kann ich dann ja zum beispiel na gut das macht sich jetzt wenig sinn aber einfach hier kann ich einfach mal noch ein paar fenster aufmachen machen wir hier noch eins auf werde ich jetzt hier einfach mal links und rechts und dann kann ich mit windows tab einfach auf den anderen desktop zwischen diesen desktops entsprechend hin und her schalten so warum er jetzt den store wieder zugemacht hat weiß ich nicht okay ich habe den store geöffnet aber der hat der store lässt sich scheinbar nur in einer instanz öffnen deswegen hat er mich hier zurück geschickt auf desktop 1 ok na wenn die das so wollen gut machen wir weiter andocken von fenstern nebeneinander und das ist wohl eine funktion die auch ziemlich gut gefeiert wurde dass das nämlich endlich mal implementiert wird so ein bisschen fenster management ja denn ich meine mit windows 7 kam ja das erste mal dass mit diesen seitlichen andocken das ist dann endlich mal ja so ein stück weit auch gut umgesetzt wurden und hier ist das ganze jetzt auch noch implementiert wurden mit hilfe von einer von der windows taste und den file tasten und so kann ich dann hier die fenster jetzt wunderbar auch anordnen in kacheln allerdings kann ich nur maximal vier fenster anordnen ja und wenn ich diese vier fenster halt angeordnet habe dann ist das auch alles schön habe ich mehr fenster die ich irgendwie kacheln oder anordnen möchte dann muss ich das irgendwie manuell machen und sobald ich ein fenster rausnehme wird auch die größe dieses fensters wieder in seinen ursprungszustand gesetzt was ich persönlich schrecklich finde muss ich sagen allerdings wenn ich auf das fenster auf die ecke des bildschirms auf die jeweilige ecke des bildschirms setze kann ich also dann passt sich die größe der freien fläche einfach wieder an und das wiederum ist gar nicht mal so schlecht ich kann zum beispiel den explorer nehmen und sage ich möchte den hier hoch setzen und dann so wird er hier hoch gesetzt und angewandt die kachel oben angepasst und dann schließt das ganze auch an also das fenstermanagement ist schon deutlich besser geworden es ist überhaupt nicht perfekt ganz klar und ich selber nutze ein betriebssystem welches ausschließlich automatisch kacheln das sieht man ja zum beispiel hier mit bei word manager ja oder auch hier wenn ich jetzt zum beispiel noch mal eine neue instanz eines browsers öffnen die ich habe jetzt hier firefox dann so dann kachel der den automatisch daneben und ich könnte jetzt noch eine instanz ja dann kachel der die ebenfalls hier runter und wenn ich jetzt noch sage ich will ein keine ahnung noch ein terminal dazu ja dann kachel der das dann hier auch noch daneben kann man das hier noch ein bisschen schlanker machen ja das ist auch eine form von fenstermanagement die natürlich deutlich intuitiver ist weil ganz klar dieses betriebssystem das arch linux mit bspwm natürlich sich auf dieses fenstermanagement absolut fokussiert ja da kann man jetzt microsoft nicht unbedingt ein strikt raus drehen weil das ist nun mal nicht den fokus der fokus liegt auf einer desktop umgebung die eben viel mit klicken zu tun hat ja aber ich sag mal viele werden dankbar sein dass man endlich mal ein bisschen einfacher diese kachel strukturen hier nutzen kann so machen wir mal weiter das war es im prinzip schon schnelles ändern von einstellungen mit windows und da öffnet sich dann hier dieses kleine menüchen das ist dieses kurzmenü auch das kennt man von smartphones das hat sich microsoft auch von smartphones angeguckt bei android wischt man einfach von oben nach unten hat man so ein schnelleinstellungsmenü bei iphone je nachdem welches man hat entweder von unten nach oben oder ebenfalls von oben rechts nach unten dann hat man auch wo man zugriff auf die taschenlampe hat wo das internet ausschalten kann wo man bluetooth ein und ausschalten kann im prinzip einfach so ein schnellmenü und das kann man hier dann auch noch bearbeiten man kann noch option hinzufügen oder entfernen gar nicht mal so schlecht also es hat sich von der usability her schon ziemlich was getan bei microsoft muss man ganz ehrlich sagen es ist jetzt wirklich nicht also optisch gesehen meines erachtens jetzt nicht das schlechteste es ist kein kein downgrade auch dass hier das startmenü und so weiter jetzt alles in die mitte zentriert wurde hat durchaus ein vorteil welchen ganz genau und zwar hängt das mit den großen bildschirmen zusammen die leute oder nutzer nutzen ja immer weiter größere bildschirme 4k ultra weit hd und so weiter und so fort und diese bildschirme sind wirklich extrem breit und groß und muss jedes mal wenn du das startmenü möchtest mit der maus ganz nach links und das ist ein extrem weiter weg durchaus und dadurch dass deine ganze action ja irgendwie immer in der mitte des bildschirms stattfindet warum willst du denn dann jedes mal ganz weit nach links mit der maus nur um auf das menü zu kommen wo du permanent drauf zugreifst und da hat das war die idee auch hinter dem zentrieren dieses startmenüs dass das alles in der mitte ist weil sich der fokus deines handels in in der mitte befindet deswegen hat mac und viele linux betriebssysteme ebenfalls das dock auch in der mitte ja außer bund die haben es auch alles links ja aber ja das dock mit den wichtigsten anwendungen befindet sich ja auch immer mittig und da macht es natürlich auch sinn wer das natürlich nicht möchte der braucht das natürlich auch nicht nutzen ist ja ganz klar der kann einfach in die taskleisten also einfach auf die freie taskleiste hier tasten leisten einstellungen und dann hat man hier die möglichkeit die taskleiste nach links zu verschieben irgendwo überlauf verhalten der taskleiste glaube ich genau zentriert und nach links und dann hat man hier die möglichkeit alles sowie beim alten zu lassen wenn man sich nicht umgewöhnen möchte ja auch das ist völlig in ordnung ich lasse das jetzt zentriert weil das ist halt was schön ist so haben wir jetzt genug mal diese wir sind jetzt erstmal nur in den start reingegangen jetzt gucken wir mal was hier so eine neuerung noch insgesamt ist microsoft teams wird automatisch hier mit gestartet warum auch immer man das unbedingt möchte möchte ja teams ist halt auch mittlerweile ein großer teil der sozialen kommunikation unter den microsoft nutzern zumindest möchte und microsoft das so haben ob sich das wirklich so exzessiv durchsetzt weiß ich nicht in firmen umgebung ich selber nutze microsoft teams auch auf arbeit selbstverständlich und es ist jetzt auch nicht die schlechteste software muss man ganz einfach so sagen es gibt viel schlimmeres so ansonsten sind in den fünf gigabyte jetzt gar nicht so viele sachen mitgeliefert wurden außer die standard sachen wie alarm ein editor der editor hat neues symbol bekommen ist aber im prinzip das gleiche immer noch dann diese ganzen standard apps sind halt mit dabei filme tv fotos groove music kann man ja die app zum smartphone anmelden für das android smartphone kalender karten und der store kann man sich einfach mal ja durch zappen was mir halt aufgefallen ist und ich nehme mal an das liegt daran dass ich eben nicht mit dem internet verbunden war während ich der installiert habe hier sind jetzt keine so dritt so viele dritte anbieter anwendungen oder bloatware drinnen wie hier spiele und so weiter das ist ja alles wer ist alles weggefallen ich weiß nicht ob das automatisch dann mit installiert wird wenn man mit dem internet verbunden ist ich bin froh dass ich es nicht habe aber es ist ja auch eine der ersten version von windows 11 die jetzt auf dem markt sind das kann sich nachher alles noch ändern eine große neuerung bei windows 11 ist das terminal ich bin ja ein ein kleiner terminal fan ja auch wenn man jetzt hier rechtsklick macht wird hier nicht mehr powershell oder cmd angezeigt sondern das neue windows terminal es erinnert mich sofort als ich das gesehen habe an die kde konsole die sieht nämlich quasi fast genauso aus ich kann nämlich jetzt hier verschiedene instanzen kacheln und kann dann auch sagen okay ich möchte jetzt hier eine eingabeaufforderung und hier eine powershell haben oder ich möchte dann gibt es noch die also cloud shell allerdings muss ich mich dazu mit einem also server anmelden das habe ich nicht ja und dann kann ich hier entsprechend zwischen den einzelnen instanzen der shell hin und her schalten und das finde ich ist eine super neuerung finde ich sehr sehr gut wsl ist standard gemäß aktiviert das heißt das ist das windows sub system für linux das ist einfach schon aktiv das heißt ich kann über den microsoft store zum beispiel ein wenn ich hier linux eingebe dann kann ich hier zum beispiel ubuntu oder debian auch und auch kali linux installieren hier haben wir schon einige luse linux enterprise also hier gibt es schon etliche distribution die schon vorgefertigt sind die man halt installieren kann kali linux ist sehr 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 gut gemacht also die da haben sich die macher wirklich gut mühe gegeben das ganze für wsl umzusetzen so hier unten haben wir noch ubuntu und debian ja sogar noch 18.4 und ich nehme mal an es werden einige noch dazu kommen im laufe der zeit hier opensuse lieb hatten wir auch schon in einem video vorgestellt so aber das werde ich heute nicht installieren ja hier steht auch wie man das installieren kann ich werde das das werde ich jetzt wie gesagt nicht machen da werden wir uns nicht drum kümmern was ich aber mal machen möchte ist und zwar möchte ich gerne mal neofetch installieren weil das mache ich ja immer ich öffne immer den das neofetch so um meine abschließende meinung nochmal zu äußern oder mein abschließendes fazit und das ist natürlich hier nicht drauf installiert und anders als bei ubuntu oder arch linux kann ich jetzt nicht einfach sagen irgendwie win install und dann neofetch oder so das wäre was passiert da jetzt da kommt natürlich jetzt glaube ich nichts ganz klar hat er natürlich nicht gefunden zumal ich auch install falsch geschrieben habe wenn dann müsste das so sein aber wie gesagt er kennt das natürlich alles nicht das ist natürlich käse also als allererstes muss ich dem dem nutzer typ die erlaubnis geben dass ich über die konsole oder über die powershell entsprechend befehle ausführen darf oder oder sachen ausführen darf und das geht am besten mit einem ich guck mal ob das hier vor ob ich hier copy pasten ich kann leider nicht copy pasten das ist sehr sehr schade aber überhaupt nicht so schlimm und zwar machen wir einfach set bindestrich execution policy ich muss mir erstmal die erlaubnis erteilen dass ich das alles darf dann execution policy remote signed also dass ich auch sachen ausführen darf in der konsole die nicht von microsoft signiert wurden und wer darf das current user das bin ich fertig fertig nicht gemeckert ist auch gelobt das schon mal super jetzt müssen wir noch eine anwendung herunterladen die es mir erlaubt ähnlich wie abt oder pacman unter linux dinge zu installieren und das macht man mit invoke bindestrich bindestrich expression dann müssen wir ein neues also es geht natürlich noch komplizierter aber wir nehmen das objekt 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 so punkt webclient und wichtig ist auch die groß und klein schreibung muss hier unbedingt beachtet werden punkt so download string immer schön richtig schreiben dann klammer auf klammer zu und hier kommt jetzt die webseite rein was war eben installieren wollen und zwar http tp s doppelpunkt slash slash und dann get und jetzt kommt das kleine der kleine helfer das ist scoop punkt sh so wenn ich mich nicht vertippt habe muss das jetzt funktionieren jawohl sieht gut aus sehr schön scoop was installed successfully das wird man doch gerne so kann ich hier irgendwie ein bisschen vergrößern sehr gut sehr gut sehr gut so wenn ich jetzt hier ls eingebe sehe ich hier müsste irgendwo ein ordner scoop geben da sehe ich auch schon cd scoop so und hier ist im prinzip hier werden dann auch unter apps cd apps werden dann hier die ganzen anwendungen aufgelistet die ich heruntergeladen habe oder die ich quasi über scoop installiere und aktuell ist ja nichts weiter drin außer scoop selber so ich mache mal den bildschirm hier sauber und dann machen wir ganz einfach scoop install git git ist leider notwendig oder was heißt leider geht es notwendig damit neo-fetch funktioniert so dann wird automatisch auch 7zip mit installiert als zipper als zippprogramm und dann wird bei der installation dann auch die git shell mit installiert das ist auch ganz klar da 7zip ist schon drin ja so und git müsste jetzt auch hinzugefügt worden sein mal gucken ok wird er jetzt zeigt er jetzt hier nicht an aber ist auf jeden fall mit dabei so und jetzt kann ich nochmal scoop install und dann neo-fetch wer also unter windows dieselben dieselbe experience haben möchte wie unter linux der kann sich einfach scoop installieren und dann kann man mit scoop ebenfalls die selben sachen oder ebenfalls ähnlich nutzen dann wie ja wie ein linux betriebssystem so ja jetzt sind die apps drin da habe ich jetzt hier git und neo-fetch und ich kann jetzt einfach mal gucken ob neo-fetch so funktioniert halt ich mache nochmal den bildschirm sauber ich gucke mal neo-fetch ob ich das so starten kann tatsächlich und hier löst er alles auf ja das ascii symbol ist noch das etwas ältere ich glaube es soll noch von windows xp ja weil das neue windows logo ist ja quadratisch mittlerweile quadratisch mit leicht abgerundeten ecken gut kommen wir nun zum meinem fazit was halte ich von windows 11 soll wer sollte sich das installieren oder sollte man sich das überhaupt installieren eine kleinigkeit habe ich noch ein bisschen unterschlagen und zwar sieht man dass wenn man in die einstellung geht die einstellung sind sind jetzt mittlerweile ein bisschen schöner und aufgeräumter erinnert ebenfalls an die gnome einstellung allerdings wenn man hier in die einstellungen geht wird man ganz schnell auf einige hürden kommen nämlich dass er dann sagt eine dass einige sachen einfach nicht einzustellen gehen solange ich windows nicht aktiviert habe oder solange ich nicht mit einem internetkonto verbunden bin und das kann man jetzt schön oder schlecht finden wer mit diesen einschränkungen leben kann dann ist das auch okay ich kann noch mal schauen ich glaube dass wir unter personalisieren man kann nicht personalisieren wenn windows ja hier steht sie müssen windows aktivieren um ihren pc personalisieren zu können ich kann das hintergrundbild nicht ändern ich kann nichts an meinem aussehen ändern farbe akzentfarbe design es ist alles ausgegraut solange wie windows nicht aktiviert ist und solange du mit diesen einschränkungen leben kannst ist das auch erstmal okay solange du windows nicht wenn du windows nicht aktivieren möchtest auf einer virtuellen maschine lässt sich windows selbstverständlich nicht aktivieren weil hier gibt es kein tpm chip also nirgendwo wo die lizenz gespeichert wird dafür ist nämlich dieser tpm chip da da wird dann die windows lizenz die microsoft lizenz einfach drauf gespeichert das ist auch nicht neu das ist auch jetzt nichts besonderes was sich microsoft ausgedacht hat das machen viele software unternehmen die können software direkt auf den tpm chip lizenzieren das ist besonders hilfreich für für die oem systeme für hersteller wie zum beispiel dell hp asus und so weiter die dann ihre rechner mit windows 10 auch ausliefern das heißt du kannst dann ganz normal die festplatte wechseln mit deinem notebook zum beispiel ja du selber als nutzer kannst dann die festplatte zum beispiel wechseln und windows einfach herunterladen installieren sofort aktivieren und die lizenz da die ja auf dem tpm chip drauf ist die sich auf dem mainboard befindet ja dadurch benötigt man eben auch keinen lizenzschlüssel mehr mich wundert das ohnehin dass es die möglichkeit bei der installation gab einen lizenzschlüssel überhaupt einzutragen denn soweit ich weiß gibt es den bei windows 11 überhaupt nicht es gibt keinen lizenzschlüssel aber ich könnte mich jetzt auch irren ja windows ist ein betriebssystem von dem sich einfach viele abhängig machen unnötigerweise unnötigerweise glauben viele dass windows für sie die einzige alternative ist es gibt nichts wo weil sie irgendwelche programme nutzen die eben nur unter windows laufen das sehe ich nicht so ich nutze privat nur noch linux betriebssysteme und ich muss auf nichts verzichten ja also es gibt keine anwendungen die ich nicht auch auf linux nutzen kann ja kleine ausnahmen gibt es natürlich zum beispiel wer das adobe creative paketen nutzt ja also die adobe produkte ja die gibt es für linux nicht da muss man windows nutzen und das war es meines erachtens auch schon auch irgendwelche anderen anwendungen die halt nur für windows zu erstellen sind auch die lassen sich in den meisten fällen über über die wine bibliothek auch auf linux installieren ja auch das sollte mittlerweile kein problem mehr sein zumal es sicherlich zu diesen jeweiligen anwendungen auch open source oder linux alternativen gibt und bitte versteht mich nicht falsch also ich sage jetzt hier nicht ein betriebssystem muss kostenfrei sein und voller funktionsumfang und muss für jeden fall zugänglich sein nein das sage ich nicht das muss auch nicht sein zorren os ebenfalls ein linux ein open source linux betriebssystem hat auch die möglichkeit gefunden sich zu kommerzialisieren indem sie einen kostenfreies betriebssystem in einer gewissen eingeschränkten funktion anbieten und wer eben mehr funktionen haben möchte der hat die möglichkeit dieses betriebssystem auch kostenpflichtig zu erwärmen und sich zu registrieren und dann gibt er die anderen sachen auch noch freigeschaltet und das ist auch in ordnung es ist natürlich in ordnung als es bedeutet ja nicht dass alles hier geschenkt werden muss natürlich dürfen unternehmen die oder auch entwickler allgemein dürfen natürlich mit ihren entwicklungen auch geld verdienen dürfen ja und ich möchte auch die möglichkeit haben mich selber zu entscheiden ob ich das haben möchte und ob nicht und da sind wir auch schon bei dem datenschutz aspekt bei microsoft ist es so dass die telemetrie daten quasi verpflichtend sind es gibt keine möglichkeit windows so einzustellen dass gar keine telemetrie daten gesendet werden ja auch bei der erste einrichtung da wird mir nur angeboten entweder zu 100 prozent alles oder nur ein bisschen ja und ich muss mich eben mit dem nur ein bisschen zufrieden geben das heißt auch meine nutzungsstatistik wird trotzdem hochgeladen in die microsoft server obwohl ich das ja eigentlich gar nicht möchte und habe dadurch trotzdem nur einschränkungen weil ich windows eben nicht aktiviert habe jeder muss es für sich selber wissen ich selber würde windows 11 tatsächlich nicht nutzen ich und selbst wenn es ist auch okay wenn ich es überall auf arbeit nutzen muss von meinem arbeitgeber her wenn der mir windows 11 dann auf meinen betriebsrechner spielt dann ist das auch in ordnung dann werde ich mich damit arrangieren und werde einfach das beste draus machen ja wenn einem nichts anderes übrig bleibt optisch muss ich sagen hat sich windows 10 deutlich mühe gegeben ist meines erachtens besser geworden aber optik ist ja ohnehin immer eine geschmacksfrage ob man das möchte und ob nicht was einen gefällt und was nicht wer wem die optik wirklich gefällt und sagt dann nach mensch ich hätte gerne aber ein betriebssystem das genauso aussieht aber eben nicht so von microsoft ist ja dann hol dir einfach ein ubuntu oder ein mint linux oder arch linux oder irgendeines und installiere kde plasma kde plasma lässt sich zu eins zu eins so einstellen wie windows 10 vom optischen her es sieht dann wirklich unverwechselbar so aus es gibt komplett fertige windows 10 pakete wenn dir das optische gefällt super dann ist doch auch nicht schlecht es ist nicht schlecht die optik das kann einfach keiner sagen es ist eine geschmackssache die ich finde die runden ecken schön ich finde auch mittlerweile dieses menü gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht das ist übersichtlich man weiß genau woran man ist und die animationen sind toll es ist nicht schlecht es ist schon schön das bindest hilft das kann man nicht anders sagen ja nichtsdestotrotz ich lasse es wahrscheinlich hier auf meiner virtuellen maschine noch eine weile drauf wird noch ein bisschen rum spielen und ja was hältst du von windows 11 hast du windows 11 schon installiert so richtig auf einer richtigen hardware oder hast du es vielleicht vor oder wie siehst du die ganze microsoft problematik über die vielen jahrzehnten wie man so schön sagt lass es mich ruhig in den kommentaren wissen ich werde jetzt hier einfach in den in der kommenten in der beschreibung oder ich werde als kommentar noch anpinnen die installation von scoop und von neofetsch so dass du das dann auch durchaus nachstellen kannst und in der video beschreibung findest du dann noch ein paar links von dem was ich hier heute alles benutzt habe so ja dann würde ich sagen wünsche ich dir auf jeden fall noch einen schönen sonntag nachmittag bis zum nächsten mal wie sag ich immer so schön was weiß ich schon ich bin ja nur so ein typ im internet